Herr Jo, spielzufrieden sind Sie mit einem 6 zu 0? Sie haben vor der Partie gesagt, solange es nicht zweistellig ist, ist alles ein Erfolg. Ja, ich bin absolut zufrieden. 6 zu 0 ist fast ein Wunschresultat. Und wenn man dabei bedenkt, dass sie vier Standard-Tore machen, den Elfmeter und ein Eigentor, kann man sagen, für unser Spieler her praktisch da wegrutschen, hätten es sogar zwei weniger sein können. Also, 6 zu 0 ist für diesen Verein und für uns und bei diesem Event hier super. Aber man geht nicht. Okay.